Seid ihr herzlich willkommen. 20. Mai ist Portaltag. Was bedeutet ein Portaltag? Unsere Sonne und die gesamte Sonnensysteme bewegt sich auch. Und es gibt bestimmte Tage, wo unserem Planet Erde richtet sich nach die Pleiaden. Die zentrale Sonne hier bei den Pleiaden ist Alkyone. Alkyone bedeutet übersetzt eine Königin, die siegt über das Böse. Wenn wir in einem Portaltag in Verbindung sind mit Alkyone, dann haben wir Heilenergie oder feinstoffliche Energie. Und das bedeutet, das wirkt auf den spirituellen Ebenen. Kann natürlich passieren, dass wir in bestimmten Situationen empfindlich reagieren. Und ich möchte jetzt zwischendurch etwas sagen. Ich habe seit Tagen Halsweh, meine Ohren tut weh, also der gesamte Bereich hier. Und ich kann kaum sprechen und schlucken, sowieso nicht. Und meine Stimme hat sich etwas verändert. Wirkt natürlich jetzt etwas schwacher als sonst. Und aus diesem Grund habe ich heute mal die Channeling-Aufnahme weggelassen. Weil das ist jetzt für mich, mich sprechen, ein bisschen anstrengender als sonst. Aber die Portaltagen, das möchte ich jetzt verkünden. Das ist auch wichtig. Und vor allem, wir haben jetzt auch Ritualen. Auch in diesem Tag, 20. Mai, wird ein Ritual sein. Und das beginnt um 23 Uhr. Thema ist das Symbol, was über diesem Portaltag herrscht. Und diesmal ist das Ich. Ich bedeutet übersetzt Wind. Und das hat auch eine symbolische Bedeutung. Dieses Ritual wirkt alles, was wir jetzt gerade in Bewegung setzen möchten. Dieser Ich oder dieser Wind ist nicht nur die Bewegung, sondern auch die Leichtigkeit. Dass wir immer mehr zum Leichtigkeit kommen. Also Thema ist Bewegung, Ideen und Leichtigkeit und vor allem Kommunikation. Ich symbolisiert nämlich auch die Gespräche. Egal in welchen Ebenen, beruflich oder familiär oder wichtigen Gespräche führen, in die Liebepartnerschaft und immer mehr zu diesem Leichtigkeit kommen. Dieser Ritual eignet sich auch für etwas, was du starten möchtest. Dass kein Stillstand mehr da ist. Keine Zögerungen, sondern mit einem Schwung geht dann alles voran. Und das mit Leichtigkeit. Dieser Ritual beginnt um 23 Uhr. Kannst du gerne teilnehmen und per E-Mail melden. Als Energieausgleich beträgt mein Honorar 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro, wegen die Bankgebühren. Ich freue mich, wenn Interesse besteht. Und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und ich wünsche dir alles Gute.